Hallo zusammen, heute geht es um die 5 besten Benzin-Motorsensen bzw. Benzin-Freischneider und Rasentrimmer. Damit ihr eine gute Kaufentscheidung für eure neue Benzin-Motorsense treffen könnt, werden wir euch nun 5 verschiedene Modelle von 5 verschiedenen Herstellern und auch aus 5 verschiedenen Leistungsklassen vorstellen. So könnt ihr sehen, welches Modell ihren Preis am meisten wert ist bzw. welches das für euch am besten geeignetste ist. Viel Spaß beim Video, alle Motorsensen sind auch in der Videobeschreibung verlinkt. Über diese Links könnt ihr euch weitere Informationen einholen sowie die Motorsensen auch gleich bestellen. Starten wir den Vergleich aber nun sofort mit dem ersten Benzin-Freischneider, der Motorsense von Makita. Es handelt sich um die Motorsense mit der geringsten Leistung, was nicht bedeutet, dass es ein schlechtes Modell ist. Die Makita EM2651 Motorsense kommt mit einem relativ umweltfreundlichen Viertaktmotor mit 24,5 Kubikzentimeter und 0,77 Kilowatt Leistung. Das entspricht sogar 1,1 PS, womit das Modell zum Schneiden von Rasen, aber auch von Wildwuchs allemale geeignet ist. Die Vorteile dieses Modells liegen aber vor allem in ihrer Kompaktheit. Das Gerät ist lediglich 1,70 Meter lang und 5,2 Kilogramm nur schwer. Diese Motorsense besitzt einen 600ml Benzintank, einen 360 Grad schwenkbaren Schneidekopf sowie einen ergonomischen und sehr handlichen Zweihandgriff. Das Modell funktioniert durch einen Schnittfaden, dieser besitzt einen Durchmesser von 2,5 Zentimeter und insgesamt hat man hier einen Schneidedurchmesser von 40 Zentimeter. Vor allem zeichnet sich das Modell wie gesagt durch ihre Kompaktheit und aber auch durch ihre Robustheit und Langlebigkeit aus. Makita-typisch ist hier alles extrem stark verarbeitet und für eine extrem hohe Lebensdauer ausgerichtet. Mehr Infos zu der Benzinmotorsense von Makita gibt es auch unter dem ersten Link in der Videobeschreibung. Für weniger Geld kann man aber auch ein Modell mit mehr Leistung bekommen, wie es beispielsweise beim FUXTEC FX4M S131 der Fall ist. Das Modell von FUXTEC kommt mit einem 0,8 Kilowatt Motor mit 31 Kubikzentimeter Hubraum, ist damit also etwas leistungsstarker als die Makita-Motorsense. Diese Leistung überträgt sich auf insgesamt 10.000 Motorumdrehungen pro Minute. Damit lässt sich sowohl einfacher rasen als auch schon dickeres Gestrüpp ohne Probleme schneiden. Wird es mit dem Doppelfadenkopf doch einmal etwas schwerer, kann man diesen auch durch das im Lieferumfang enthaltene 3-Zahn-Blatt austauschen. Das funktioniert hier in wenigen Schritten und damit kann man auch dickeres Gestrüpp und Unkraut ganz einfach schneiden. Das Modell kommt zudem mit einem relativ geringen Gewicht von nur 7,2 Kilogramm. Im Lieferumfang ist hier zudem noch ein Profi-Komfort-Tragegurt, mit dem das Arbeiten vor allem in Kombination mit dem breiten Zweihandgriff sehr, sehr einfach wird. Auch längere Schneidearbeiten kann man damit also ohne Probleme durchführen. Weitere Besonderheiten des Modells sind der große 750ml Benzintank, das enthaltene Toolkit, um das Modell zu warten, sowie die relativ leise und ruhige Arbeitsweise des luftgekühlten Viertaktmotors. Ein klasse Modell, wie wir finden, welches vor allem auch sehr, sehr erschwinglich ist. Mehr Infos zur Benzinmotorsense von FUGSTEC gibt es über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Als drittes kommen wir zur IGRA IBF 43. Diese Benzinmotorsense ist mit 1,1 Kilowatt nochmal leistungsstärker als das FUGSTEC-Modell, kommt aber insgesamt im Vergleich mit dem geringsten Preis. Kaum verwunderlich, dass es sich beim IGRA Benzin Freischneider, also auch um den meistverkauften im Vergleich handelt. Hier überzeugt einfach das extrem starke Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber fangen wir nochmal vorne an. Das Modell ist mit einem Zweitaktmotor ausgestattet, welcher einen Hubraum von 42 Kubikzentimetern besitzt und es auf eine Leistung von wie gesagt 1,1 Kilowatt bringt. Aber auch die Schnittbreite ist hier extrem groß. 45 Zentimeter hat man hier mit dem Faden und noch 25 Zentimeter mit dem im Lieferumfang enthaltenen Messer, das man in nur wenigen Schritten gegen die Fadenspule austauschen kann. Auch der Benzintank überzeugt hier durch sein großes Volumen. Fast ein ganzer Liter passen hier hinein, womit man sehr lange arbeiten kann, ohne das Modell wieder tanken zu müssen. Außerdem dabei der sehr stabile und handliche Aluminium-Bike-2-Handgriff zur einfachen Führung, die elektronische Zündung zum Schnellstarten des Motors, sowie auch der im Lieferumfang enthaltene Doppeltragegurt mit Hüftschutz. Dieses Modell ist also nicht nur sehr leistungsstark, sondern hat auch ein großes Tankvolumen und kommt mit sämtlichen Ergonomie-Funktionen, womit man das Modell auch über einen längeren Zeitraum benutzen kann. Damit werden auch größere bzw. längere Arbeiten möglich. Durch die einfache Austauschfunktion der Fadenspule zum Messer ist man hier außerdem für jede Einsatzanforderung ausgestattet. Mehr Infos zum IGRA IBF 43 gibt es über den dritten Link in der Videobeschreibung. Auch wenn das Modell schon ein sehr, sehr gutes Paket bietet, gibt es hier noch Motorsensen mit mehr Leistung. Beispielsweise die Benzinmotorsense von Alco, das Modell BC500. Dieses kommt ebenfalls mit einem Zweitaktmotor, allerdings mit insgesamt 50,8 Kubikzentimeter Hubraum und damit einer Motorleistung von knapp 2 Kilowatt. Abgesehen von der höheren Leistung ähnelt es doch schon sehr der Benzinmotorsense von IGRA, die wir eben vorgestellt haben. Es ist mit 7,7 Kilogramm noch ein wenig leichter, besitzt ansonsten aber dieselbe Arbeitsbreite, sowohl was den Sensenfadenkopf als auch das Drei-Zahn-Messerblatt angeht, welches hier ebenfalls im Lieferumfang dabei ist. Auch dabei ist hier der ergonomische Zweihandbeigriff. Dieser ist noch einmal etwas größer bzw. breiter als beim IGRA-Modell und ist auch ergonomisch verstellbar. Auch dabei ist hier ein Doppeltragegurt mit Hüftschutz, durch den auch längeres Arbeiten mit einer sehr ruhigen Führung garantiert wird. Zudem zeichnet sich die Alco Benzinmotorsense durch ihren Fast & Easy Sensenfadenkopf aus. Hier ist ein einfaches Einfädeln und Aufwickeln des Schneidfadens ohne Öffnen des Sensenfadenkopfes möglich. Die Alco Benzinmotorsense, ein Modell mit hoher Leistung, guter Verarbeitung und dabei aber auch noch einem äußerst geringen Preis von auch unter 200 Euro. Mehr Infos zu Alco BC500 gibt es über den vierten Link in der Videobeschreibung. Nun möchten wir euch die leistungsstärkste Motorsense aus dem Vergleich vorstellen. Bevor es soweit ist, würden wir euch gerne mal um eine Bewertung und einen Kommentar bitten, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat. Das hilft dem Algorithmus, unser Video vorzuschlagen und damit auch anderen Leuten bei der Suche nach einer neuen Benzinmotorsense zu helfen. Vielen Dank dafür, kommen wir jetzt nun zum Premium-Modell der Benzinmotorsensen zur Stihl FS 260. Diese kommt mit etwas mehr als 2 Kilowatt Leistung und einem großen Hubraum von 41,6 Kubikzentimeter. Trotz dieses leistungsstarken Motors ist sie mit noch unter 8 Kilogramm ziemlich leicht und kann mithilfe des großen, auch verstellbaren Zweihandgriffes einfach geführt werden. Dafür sorgt zudem der sehr hochwertige Doppeltragegurt bzw. das Tragegeschirr mit zusätzlichem Hüftschutz, welcher im Lieferumfang natürlich dabei ist. Auch dabei ist der solide 750ml große Benzintank sowie ein Werkzeugschlüssel und eine Schutzbrille. Arbeiten tut diese Motorsense mit einer sehr, sehr robusten Fadenspule, mit der man auch durch Gestrüpp, Dornenhecken sowie auch sehr zähes Gras einfach durchkommt. Weitere Vorteile des Modells sind die Stihl-Ergo-Start-Funktion, wodurch ein ruhiger, gleichmäßiger Zug genügt, um den Motor anzuwerfen, der Stopptaster, welcher dafür sorgt, dass man die Arbeit schnell nach einer Pause und ohne die Betätigung eines zusätzlichen Schalters sofort wieder aufnehmen kann, sowie das Stihl-Antivibrationssystem, welches Schwingungen des Motors reduziert, sodass diese sich nicht auf Muskeln und Gelenke übertragen. In Kombination mit dem schon erwähnten Profi-Universalgurt und dem breiten, auch verstellbaren Zweihandgriff ist hier ein angenehmes Arbeiten auch über längere Zeit möglich. Weitere Infos zu Stihl FS 260, der Leistungsstärkstmotorsense aus dem Vergleich, gibt es über den fünften Link in der Videobeschreibung. Ansonsten findet ihr alle weiteren Modelle natürlich auch dort unten verlinkt. Es muss ja nicht immer das hochwertigste Modell sein. Unser persönlicher Preis-Leistungssieger ist beispielsweise der Freischneider von Ikra, den wir als drittes vorgestellt haben. Ihr müsst aber natürlich selbst wissen, welches Modell für euch die beste Wahl ist. Hoffentlich konnte euch dieser kleine Vergleich bei eurer Entscheidung helfen. Vielen Dank nun fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.